so hallo ich begrüße euch zu einem ich nehme an es ist ein einzelvideo es wird ziemlich sicher ein einzelvideo sein ich habe keinen ton doch ich habe ton nevermind und ja wir spielen die demo von wario gettet together ich weiß nicht wie videotauglich das ganze spiel sein wird aber wir gucken einfach mal was passiert würde ich sagen let's go ich habe war ja wer nicht alle teile gespielt genau genommen habe ich bei wario wäre einen teil gespielt und zwar smooth moves für die wii aber das war schon ein sehr großes wario wäre spiel so dass ich der meinung bin ich kenne mich einigermaßen im wario wäre universum aus mit den charakteren die es da gibt na diese hexe und und so weiter das sind ja immer die gleichen charaktere oh gott tschuldigung die keine kekse vor der aufnahme essen ja genau da ist die ich glaube die heißt mona die hexe dann sind da diese ninja die die forscherin wait haben wir deutsches synchro oha okay sie werden in ein spiel gezogen alle werden zu einer chibi form okay die meisten sind eh schon chibi plopp das war ja eine krasse animation mensch nintendo habt euch wieder mal ordentlich was aus den fingern gesagt okay offenbar kann man in der demo auch multiplayer machen und man kann natürlich das spiel kaufen so wir gehen mal rein start wer war ja wer gar nicht kennt es ist immer so eine ansammlung von verschieden mini spielen die man schnell hintereinander machen muss ich weiß nicht wie sie es hier gemacht haben ich habe keine ahnung wie hier die ach so ich sehe gerade bei dem gettetogether dass da natürlich die zwei joycons sind ich schätze die werde ich gleich mal holen müssen im moment habe ich den das gamepad in der hand mal gucken ob das damit auch spielbar ist keine ahnung ich moin okay diesen modus kannst du noch nicht auswählen versuche es erstmal mit der option spielen ja gut dann versuchen wir es mit der option spielen let's go ach mensch hör auf zu husten also wenn das die deutsche synchro ich möchte bitte keinen deutschen wario wir haben eine gute synchro für wario warum fühle ich mich leicht wie eine schmeißfliege war ich schweb ja in der luft also ich bin jetzt auch keine gute synchro aber er redet nicht mehr ich muss ich reden ist das so weil ich im spiel drin bin hör egal hauptsache ich fliege dieser macher von videospielen steht auf schätze geld und knoblauch was kann da schon schief gehen ok wario greift in blickrichtung an hier dazu einen dash ok ich kann also auf jeden fall mit links steuern dann haben sie jetzt vielleicht nicht so auf bewegungssteuerung gesetzt dann haben sie jetzt vielleicht nicht so auf bewegungssteuerung gesetzt weil bei smooth moves oder so zum bei bei smooth moves oder so zum beispiel war ja geht das ist immer so eine art intro ok und jetzt kommen die mini spiele na hypnotisieren wie was so oder was und man muss die immer schnell lösen diese mini spiele ja ich habe es gerade so geschafft da unten läuft immer so eine bombe ab genau das ist wario wäre ok genau das ist immer weil man muss man genau das tun was die einem sagen und da muss man halt drauf kommen was das ist in der luft war was ok ja gut das ist einfach sehr schön ok das kann man gut mit dem gamepad spielen da bin ich jetzt schon mal froh dass das funktioniert er ist ein fleißiger kampfsport schützling von master mantis mit einer großen vorliebe für teigtaschen cricket kann gut springen er springt höher indem du a gedrückt hältst das heißt der kann springen und wario hat nen dash ok 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 meinetwegen ich bin auch hier und ich hab's drauf check das mal ich habe eine disk auf dem kopf die kann ich werfen so oft ich will hey ich muss mich nicht mal vom fleck rühren ok ich will direkt den nächsten charakter dieser schüler ist ganz groß bei retrospielen und als werfer er ist mit dem winzigen 9 volt befreundet ja das ist 18 volt ok und der wirft jetzt eine disk ok meinetwegen ok 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 abwechsel und doch vereint werden wir diesem feind die stürmt bieten ach so das heißt die beiden sind dann der teil des nächsten modi oder was ah ja ok jetzt kommt er dran weg mit euch ok und das passt dann zu ihm ja alles klar cool und wenn man halt nicht schnell genug reagiert dann verliert man halt und ihr seht da unten wir haben 4 batterien wir haben 4 leben und wenn man es eine zeitlang schafft dann ok gerade so wenn man es äh eine weile schafft dann kommt man immer weiter ich muss jetzt jedes mal erst überlegen was ich tun muss wenn man es dann schon mal kennt dann geht es natürlich schneller nein falsche richtung ne richtig ahhh ja das war dumm ich muss in die gleiche richtung immer drehen ok wenn ihr bei irgendeinem minispiel nicht versteht warum es richtig war einfach kurz zurückspulen nein äh äh doch ah zu langsam äh dann spult kurz zurück dass ihr erfahrt ich muss nein ich muss hier ja nein da da in die mitte ich muss in die mitte oh mein gott ok da muss man sehr schnell anfangen sonst schafft man es nicht ok sehr gut ey WarioWare ist so random aber so genial ne aber ich weiß nicht ob das video technisch funktioniert also auch smooth smooth kann ich mir zum Beispiel wenig vorstellen als als Videoform nein häng dich doch ran nice ok oh boah das ist mit ihm ein bisschen schwieriger als mit Wario aber geht alles alles gut alles gut alles gut alles gut oh mit Wario muss man da noch schneller sein ok nein das wars ok ok rekord 19 kriegen wir in der Demo noch mehr Charaktere oh Mona Mona kriegen wir auch noch als Charakter ok cool Haustiere Schule und Arbeit füllen den Alltag des Teenagers Mona ist großer Wario Fan warum nur ok die hat ein Bumerang ok also die fliegt auch überall rum ach die die fliegt Standard mehr ah ok die ist die ist also ich drück da ich drück gerade nichts die ist konstant in Bewegung ich kann nur die Richtung ändern aber sie ist konstant in Bewegung ok das ist interessant und wenn ah und wenn ok das ist auch interessant wenn sie den Bumerang gefeuert hat dann kann man den steuern und sie bleibt auf der Stelle wie man sieht ok ok interessant Mona ist jetzt mit dabei ja cool dann spielen wir mit dir auch noch weitere Runden Produkt Highlight Nummer 1 mehr als 200 Mikrospiele ja da haben sie sich schon wieder sehr viel cooles Zeug ausgedacht na ach oder war das schon die Demo war das schon die Demo Ah hier kann man die Tutorial Level noch mal spielen oder wie sehe ich das ah ok hier kann man die Tutorial Level noch mal spielen ach so ok die gibt's noch nicht ah und dann wählt man hier drei Charaktere aus mit denen man spielt ups aber ich kann mit Mona noch nicht spielen wie es so ist wie kann ich Wahl oder reinsetzen oder kann ich doch schon mit Mona spielen bin ich doof die ist ja hä aber da unten ist jetzt ausgewählt ok spiele ich jetzt doch mit Mona oder ist jetzt nur 19 Volt und Cricket am Start doch ich kann mit Mona spielen ja moin sah so als ob ich nicht mit dir spielen könnte ok dann machen wir doch noch eine Runde dann machen wir doch noch eine Runde ja und man muss halt mit jedem eine andere Lösung finden für die Probleme das ist cool gemacht das heißt man kann mit jedem Charakter am Ende man kann mit jedem Charakter am Ende alle Minispiele lösen das ist auch wieder cool oh das ist allerdings oh das ist oh das ist mit dir oh das ist mit dir gar nicht so schwer oh grad so oh mein Gott war das knapp alle einsammeln das ist mit dir gar nicht so einfach gewesen ok das hat mir vorhin verkackt ich muss immer in die gleiche Richtung jawoll ok sehr schön sehr gut ey Mario wäre ist also vom spielen her macht es so viel Spaß ich weiß aber wie gesagt nicht wie es mit dem zuschauen ist was wie wer hat gewonnen ok das habe ich jetzt nicht gecheckt aber ist ok ich muss wieder in die Mitte ja sehr schön neuer Level raus da ok chillig ok jetzt kommt das wieder und neuer Level bedeutet immer neue Schwierigkeitsstufe scheiße hab ich ein Leben verloren 6 fallen 6 fallen 1 1 1 noch scheiße Mist ich darf wahrscheinlich auch nicht zu viele fangen ich darf wahrscheinlich auch nicht zu viele fangen ich darf wahrscheinlich auch nicht zu viele fangen wer war es der der nein ich hatte ich dachte ich kann schießen ich war der Sprungtyp uff ich bin dabei oh das wird knapp ok nice boah grad so noch schneller Hilfe ok was ist das was ist das ich habe keine Ahnung ah da die Banane ok ich denke eine Runde können wir noch spielen oder ich denke eine Runde können wir noch spielen weil wir sind bei 16 Minuten grad mal natürlich spielen wir noch eine Runde lol es geht noch weiter ich dachte die Demo hört da auf weil da das Schloss war es geht noch weiter ja cool Kat und Anna springen und springen Kat 1 Kat wirft ihre Schurike nach rechts und Anna wirft ihre Schurike nach links ok ok I see die wirft immer nach rechts sehr interessant Produkt Highlight Nummer 2 Spiel mit skurrilen Charakteren dann kann man wahrscheinlich alle die wir jetzt gesehen haben freischalten also alle die nicht die wir jetzt gesehen haben sondern alle die in der Reihe sind das sind sechs Plätze frei ach cool ich dachte das ist zu Ende schon ja moin das ist ja cool genau dann gibt es hier noch einen Charakter zum freischalten und achso die sind deswegen gelockt die sind fest zum die sind ah das bedeutet nicht es ist vorbei die Demo ich dachte die muss man erst freischalten ich bin blöd man muss mit den neuen Charakteren spielen dann kriegt man noch einen weiteren Charakter jetzt habe ich es gecheckt ok dann können wir jetzt Wario wählen dazu und Cricket hätte ich gerne ich verstehe ok dann müssen wir jetzt nochmal spielen bis wir äh Dings haben bis wir den nächsten Charakter haben bis wir den nächsten Charakter haben noise Nein hoch da ok perfekt also das sind alles Spiele mittlerweile sollte ich das mitbekommen haben wo man eben Reaktion braucht nein das waren fünf genau das meinte ich oh da muss man böser aufpassen boah das dauert lange bis man das aufgeladen hat oh grad so wer war's der 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 da ja aber wie ach muss ich den rein dashen ah wahrscheinlich muss ich den rein dashen ey das ist frech oh Gott das ist ja richtig frech oh Gott ist das fies mit ihm oh grad so oh mein Gott sehr schön sehr schön runterstoßen nein so ach wahrscheinlich kann ich das Viech direkt anstoßen ok wer hat gewonnen wo weiß ich denn das wer gewonnen hat ah muss ich auf den ich muss auf den Hintergrund gucken der Hintergrund dann wird es hochgezählt dann wird es der Hintergrund dann wird es hochgezählt so rum so rum geht's raus da das ist es der Hintergrund wird hochgezählt oh Gott nicht schon wieder da muss man so schnell nein ich bin zu langsam ach Mist ok reicht es für den nächsten Charakter oder muss ich nochmal spielen ich bin fix und fertig es reicht Obolon ist am Start nice was kann der dieses Alienplan 2 eine Version der Erde fühlt sich dafür aber auf selbiger Wohl und schon auf selbiger Wohl schon zu heimisch ah verstanden ich dachte erst er fühlt sich wohl aber er fühlt sich wohl schon zu heimisch ok der saugt Sachen ein alles klar da kann man sich jetzt schon überlegen wie mit dieser Fähigkeit jawoll ach jetzt kann ich alle wählen potpourri Modus ok also das Spiel bietet halt wieder richtig richtig viel ne ich weiß gar nicht ob es auch Online Modus gibt ich glaube weiß es nicht ich glaube es sind lokale Multiplayer wenn es das als Online gäbe wäre es natürlich insane aber ich glaube es nicht ja mit bis zu drei Freunden zocken aber ich glaube online also ich glaube lokal ne bin mir nicht sicher ähm wir spielen jetzt jedenfalls mal mit allen zack dann kommen nämlich auch alle vor das ist natürlich optimal ja das ist halt jetzt wieder das gleiche wahrscheinlich wie ah das ok ich ich habe es verstanden ich muss nicht auf beide Seiten das geht einfach als ich es bisher gemacht habe das geht einfach als ich es bisher gemacht habe man kann es zurück oh 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 man kann es zurückschwingen das Pendel da ist ja das Pendel schwingt von selber zurück logisch ja es ergibt auch Sinn es ergibt auch voll Sinn dann schauen wir jetzt mal wie weit wir kommen wir haben jetzt ja schon alle Modi gesehen so gesehen und äh jetzt haben wir auch alle Charaktere ich habe ein bisschen Angst aber ich probiere es nein der geht nicht ich dachte der geht aus dem Bildschirm raus aber er ist auch so kaputt gegangen zum Glück der der da ach Mist oh da bin ich zu langsam was das angeht ok das ist das ist mit ihm jetzt wieder recht einfach haben wir Glück gehabt dass wir ihn bekommen haben Riff spielen das ist mit ihm wieder für einfach ok sehr schön wer hat gewonnen genau gelb hat gewonnen jetzt habe ich es verstanden man muss auf die auf den Hintergrund achten da sieht man das da sieht man die Karte das kommt von Splatoon ok Kuchen Kuchen genau also ich kann das so anschwingen dann schwingt es zurück und dann schippe ich es einfach wieder los ah ich muss erst das Viech weg machen scheiße ok habe ich nicht verstanden ja scheiße sehr schön ok ok das erinnert mich voll an Blobby Volley mit dem ist rauszupfen am einfachsten da muss man einfach stehen bleiben und der kann sich auch gar nicht bewegen der kann ja nur schießen der Typ 5 feiern ok sehr gut nein Mist das war nicht wie ich das wollte ok achso neue weil wir mit allen gespielt haben jetzt neuer Rekord ok oh noch ein Highlight Mario Cup gibt es auch noch Jo mit Missionen also die bieten schon verdammt viel ne aber wie gesagt WarioWare Smooth Moose war auch schon riesig Jo das ist das Ding das war bei Smooth Moose auch so erst nachdem man alles durch hatte gab es dann die richtig krassen Modi wo man wirklich gefordert wurde aber ja also Multiplayer ist lokal Multiplayer ist lokal das wird äh nicht online funktionieren wär aber saucool wir können ja gleich mal in den eShop gucken ob da irgendwas steht dass es online gehen könnte ah ist schon geil ist schon geil also ich jetzt wo ich das angefangen habe muss ich sagen ich glaube ich würde es schon spielen die Frage ist halt ob ich es aufnehme scheiße komm mal starten wir gleich neu kann ich neu starten kann ich neu starten direkt nein ich kann nur fortfahren na gut ja kommt ein Spiel mal weiter haben wir jetzt halt ein Leben verloren es gab eigentlich auch immer die Option Leben zu bekommen wenn man eine Zeit lang hintereinander alles richtig macht vielleicht passiert es hier ja auch also es gibt sozusagen Charaktere mit denen ist manche Mission einfacher als mit den anderen das ist schon cool gemacht ich bin echt es gefällt mir ja mit ihr ist das wahrscheinlich auch recht simpel sehr schön mit ihr ist das wahrscheinlich nicht so simpel aber wenn man es gut hinkriegt nice dann kann man da auch schön schön äh absahnen muss ich die kaputt machen ah shit aber wie hätte ich die jetzt kaputt machen ich konnte ja nicht schießen hätte ich die alle sozusagen hätte ich die alles sozusagen äh äh gelb hätte ich die alles sozusagen ähm ich bin dabei runterschmeißen müssen oh das ist immer super knapp dieses runterstoßen rüber nein du blöde Mistfliege fliehen ja 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 das wir sind auf der fundo Launo in der luft halten Ok dirty die das sollte mit ihm eigentlich kein Problem darstellen Alien ok der erst weg und jetzt kenn ich einfach ganz normal an pendeln Ja, verstanden Einfach auf einer Seite bleiben, dann passt die Geschichte Nice Oh ja, nice Das ist auch mal so eine schwierige Mission, weil man da halt sehr schnell Oh Gott Yes Puh Riecht noch mal ein Leben irgendwann Oh nee Oh yes Oh noch schneller, Hilfe Äh, Orange Puh Weiß ich nicht Oh mein Gott Glück gehabt Oh, jetzt wird noch eine Stufe schwieriger Jetzt kommt was ganz Kleines wahrscheinlich Ja, okay Der Saturn kommt jetzt Alles klar Also jetzt wird jeder Jetzt kriegt jedes Level noch eine schwierigere Stufe Nein Oh, das H war sehr widerstrebig Widerspenstig wollte ich sagen Okay Ja, würde ich auch sagen Ja, okay Die hatten wir jetzt schon gesehen Dann haben wir auch alle Produkt-Highlights gesehen Dann haben wir alles aus der Demo gesehen Was man sehen kann Dann würde ich sagen An der Stelle Schließen wir ab Wir gehen noch mal kurz in den Shop Und schauen mal Ob da steht Dass es online verfügbar sein wird Ich glaub's aber nicht Ich glaub's ehrlich gesagt nicht Kann vorbestellt werden Diese Software enthält Modi oder Funktionen Für die eine Internetverbindung und eine Kosten für die Mitschreifung Online benötigt werden What? Spieleanzahl lokaler Modus 2 Spieleanzahl 1 bis 4 Wait, geht das online? Wird das einen Online-Modus geben? Nein Will ich eigentlich nicht Ich will eigentlich Nein, 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 nein Da will ich gar nicht hin Gibt's noch eine andere Seite? Ah, hier Also wenn's das als online gäbe Wäre das ja großartig Also hier steht ja 1 bis 4 Und bei lokal steht nur 2 Und sie sagen ja Man kann dafür switch online Das wär super geil Also das würde ich feiern Gut, wie auch immer Wir schließen hier ab Wann kommt es raus? 10.9. schon Oha, noch innerhalb der Sommerferien Ja, Hilfe Wenn ihr davon mehr sehen wollt Sagt Bescheid Dann können wir auch Isaac pausieren So, nein Ähm, also schon Ich hab sowieso Im aktuellen Isaac Part Hab ich mal angefragt Was ihr noch von Isaac sehen wollt Weil wir jetzt halt an dem Punkt sind Wo man halt die ganzen Charaktere Noch abarbeiten kann Aber es kommt nicht mehr viel Neues Okay Außer halt Items und so Zeug Das ist natürlich noch neu Gut Aber an der Stelle Bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Tschüss